Manchmal sind Architekturzeichnungen wie Wimmelbilder, die ganz aus der Nähe gesehen werden wollen. Stolze Kavalleristen hoch zu Ross neben einem Hausmädchen mit Kind und Korb, versonnene Träumer an den Ufergeländern, elegante Flaneure, die die neueste Mode spazieren führen, Straßenjungs mit einem Hund und allerlei Arbeiter zu Lande und zu Wasser, die mal mehr, mal weniger angestrengt damit beschäftigt sind, Dinge von hier nach dort zu schaffen. In Architekturzeichnungen nennt man dieses Personal Staffagefiguren. Sie machen nicht nur Spaß uns und dem Zeichner, sondern erarbeiten sich ihre Existenz damit, uns einen Maßstab für die ja noch nicht gebaute Architektur zu vermitteln. Und die ist riesig. Der Entwurf für die Bebauung der Berliner Museumsinsel datiert vom November 1875. Im Gesamtgrundriss eingezeichnet sind natürlich auch die bestehenden Bauten. Allen voran ganz rechts an der Grenze zum Lustgarten Schinkels altes Museum von 1830. Dahinter dann das 1859 eröffnete neue Museum von Friedrich August Stühler und schließlich oben die Nationalgalerie von Stühler und Strack, die mit ihrem riesigen Kolonnadenhof fast vollendet war und mit deren Vollendung 1876 sich der Name Museumsinsel einbürgern sollte. Alles andere sollten Neubauten werden, entweder von Grund auf oder unter Nutzung alter Substanz wie den Schinkelschen Packhofbauten, die allerdings bis auf die Steuerverwaltung vor dem neuen Museum äußerlich nicht mehr wiederzuerkennen gewesen wären. Aber kommen wir noch einmal zurück zur Perspektive der Kupfergrabenseite, hier ganz rechts mit dem neuen Museum und der Steuerverwaltung. Unübersehbar ist nicht nur rein größenmäßig der Maßstabssprung gegenüber Schinkel und Stühler. Auch stilistisch liegt zwischen alt und neu jene Grenze der Reichsgründungszeit, die mit einiger Verspätung die internationale Neorenaissance à la Gottfried Semper in das bis dahin klassizistisch geprägte Berlin getragen hatte. Das Projekt war utopisch, aber es war auch vollkommen ernst gemeint. Es lag bereits in der zweiten Fassung vor und wollte mit allem, was dazu gehört, das Hohe Kollegium der Königlichen Akademie der Künste für sich einnehmen. Grundrisse nebst Erläuterung des Raumprogramms, Schnitte, Details, Aufrisse und Perspektiven. Das Ziel war, auf der Insel vor allem der Akademischen Hochschule für die Bildenden Künste einen Platz zu geben, die im selben Jahr innerhalb der Akademie der Künste gegründet worden war und Platz brauchte. Dazu sollten Ausstellungsräume kommen und, in Verbindung mit den Königlichen Museen, Flächen für die große Abgusssammlung. Damit sollte die Idee Friedrich Wilhelms IV., hier eine Freistätte für Kunst und Wissenschaft zu schaffen, weitergedacht werden. Vom großen Ganzen bis hin zu Details, wie der Beleuchtung von Zeichenseelen oder der praktischen Frage, wie anatomische Präparate für den Zeichenunterricht herbeigeschafft werden könnten, ohne die Museumsbesucher zu schockieren. Die Anlage eines geschlossenen Hofes nutzte nicht nur das Grundstück optimal aus, sondern sorgte auch für Abgeschiedenheit. Daneben sollte aber auch der Packhof weiter auf der Insel bleiben. Dazu wurden die hohen Sockel und Erdgeschosse genutzt, die an den Wasserseiten unmittelbar von Frachtkähnen hätten bedient werden sollen. Das wichtigste Detail aber ist die Bahn. Nachdem die Nationalgalerie hier links im Bild die Museumsinsel ein weiteres Stückchen ihrer Vollendung entgegengebracht hatte, drohte gleichzeitig die wie mit einer Peitsche durch das Berliner Zentrum umgeschlagene Stadtbahn, sie zu zerstören. Und spätestens hier kommt der Entwerfer ins Spiel. August Orth, damals 47 Jahre alt, der Architekt war, aber auch Vordenker der Großstadt Berlin und der wenige Jahre zuvor Grundgedanken einer Stadtbahn entwickelt und veröffentlicht hatte. Nach dem Gründerkrach war er an ihrer Verwirklichung 1875 bis 1881 zwar weder entwerferisch noch finanziell beteiligt, aber sein Entwurf für die Museumsinsel hängt doch unmittelbar damit zusammen. Denn er versuchte damit die Geister, die er gerufen hatte, wieder einzufangen und den lauten und qualmenden Dämon des Fortschritts mit dem idyllischen Geschichtshain Friedrich Wilhelms IV. zu versöhnen, indem er ihn in großartigen Bauten für Kunst und Wissenschaft eintunnelte. Das war gewissermaßen eine Win-Win-Situation für die Insel und für den Verkehr, ein gutes Stück weit aber auch für August Ort selbst, denn so hätte er nun doch noch an der Bahntrasse verdient und sich unsterblich gemacht. Dazu kam es nicht. Sein Entwurf blieb ebenso Papier wie der große Wettbewerb, der acht Jahre später zur Bebauung der Museumsinsel ausgerufen wurde und unter geänderten Vorzeichen für die Museen noch fantastischere Ergebnisse hervorbrachte. Gebaut wurde erst ein Vierteljahrhundert später und gebaut wird heute noch auf der Museumsinsel. Aber das sind andere Geschichten. Untertitelung des ZDF, 2020